So, jetzt nicht erschrecklich, klatsch mal für die Kamera und den Ton, für die Synchronisation. So, ich würde jetzt anfangen. Der junge Mann, kommt hier noch rein? Er kommt mit. Er kommt mit. Ja, herzlich willkommen hier im Volkshaus Kotter. Schön, dass ihr gekommen seid. Wir hatten ein bisschen gebannt, dass bei dem schönen Wetter alle im Garten sind oder spazieren. Schön, dass sich so viele interessieren für den Naturforscher Goethe. Ich will kurz was zu meiner Person sagen. Ich bin Künstler von Beruf und arbeite aber schon seit einigen Jahren mit der Forschungsmethode von Johann Wolfgang Goethe und bin davon so begeistert, von diesem Denken, von dieser Lebendigkeit, dass ich eigentlich nicht nur die Früchte vorzeigen will, sondern auch mal wie das so funktioniert mit dem ganzheitlichen Denken des Johann Wolfgang von Goethe und der Gewinn seines ganzheitlichen Denkens für unsere Zeit. Also ich möchte euch heute ein bisschen davon erzählen, wie man dieses Denken auch verwenden kann, wenn man darüber nachdenkt. Welche Wünsche habe ich, welche Bedürfnisse, wie geht es da weiter, wo ist es hängen geblieben? Da kann uns Goethe tatsächlich auch helfen. Zuerst, bevor wir zu Goethe kommen, möchte ich kurz was sagen zum Begriff des Naturforschers. Gibt es heute noch Naturforscher, also Menschen, die die Natur erforschen? Und wenn ich so darüber nachdenke, denke ich, ja, die gibt es, aber die sind meistens so ein bisschen kleiner. Ich hatte auch selber das Glück, zwei ins Leben zu begleiten. Ich meine natürlich meine Kinder, also jedes Kind ist ein Naturforscher oder eine Naturforscherin. Und als hätten die den Auftrag dazu, entdecken die die Welt, versuchen die die Welt zu erkennen. Alles wird in den Mund gesteckt, angefasst, es werden Experimente gemacht, um diese Welt zu erkunden. Und dieses Spiel der Kinder, das ist eigentlich ein Erforschen. Und manchmal, da schimpft die Mutti, ich habe dir das Spielzeug gekauft und jetzt spielst du gar nicht mehr damit. Das wolltest du doch unbedingt haben. Und dann sagt dann das Kind, oder sollte, könnte das Kind sagen, ja, aber bei meinem Spiel geht es eigentlich um das Erforschen. Und wenn was erforscht ist, macht es ja keinen Sinn, sich weiter damit zu beschäftigen. Ja, und diese Kinder, die erforschen die Welt und die Experimente, die die machen mit den Objekten, mit den Menschen, werden immer komplexer. Und die einen interessieren sich dann vielleicht mehr für Dinge, für Kraft und andere interessieren sich für Beziehungen. Und so verändern sich auch die Forschungsmethoden dieser Menschen. Und wenn die Menschen dann größer werden und die haben diesen Wissensdurst immer noch, die wollen erkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält, dann ist ihnen dann die Möglichkeit gegeben. Und ihnen wird gesagt, wenn du wissen willst, wie die Welt funktioniert, kannst du mitmachen bei uns bei der Wissenschaft. Wir haben schon ganz viel rausgefunden, wir haben schon ganz viel Wissen gesammelt, das kannst du in Büchern finden, das kannst du im Internet finden. Und das musst du gar nicht mehr selber erfahren. Und du kannst sogar Wissenschaftler werden heutzutage und mitmachen. Aber wenn du mitmachen willst, bei der Wissenschaft, da gibt es eine Voraussetzung und das ist die wissenschaftliche Methode. Und diese wissenschaftliche Methode, die stützt sich eher auf das Rationale, auf das Nachvollziehbare, das Messbare. Und jene Seite des Menschen, die empfindet, die nicht so nachvollziehbar ist, wo es um Ahnung geht, um die Intuition, die sind in dieser Forschungsmethode im Prinzip, also die gehören da nicht hin. Und um diese subjektive Seite des Menschen auszuschalten, ich habe das mal gesagt, also die wissenschaftliche Methode heute ist im Prinzip nur die rationale Seite und die andere Seite, die das Herz, die Gefühle, Begriffe wie Schönheit oder so, die muss man ausschalten. Und der Mann, von dem ich euch heute erzähle, der Johann Wolfgang Goethe, der hat so geforscht. Also der hat das nicht ausgeschalten. Der hat, wenn man es ganz einfach sagen will, hat er mit Kopf und Herz geforscht. Und es ist auch ganz wichtig, dass ihr das nicht falsch versteht. Also ich habe jetzt nicht so gemacht, also es geht nicht darum, jetzt nur mit dem Herzen zu forschen, sondern das ist im Grunde eine Ergänzung dieser Forschungsmethode. Und wir wollen heute mal schauen, wie das funktionieren kann, welche Ergebnisse das haben kann. So, Johann Wolfgang Goethe hat umfangreiche Sachen geforscht und ich habe euch mal so ein paar Bilder bloß so hingetragen. Also der hat eine Wirbeltheorie formuliert, alles ist Wirbel, er hat den Zwischenkieferknochen gefunden, der hat sich mit dem Licht, mit den physikalischen Farben beschäftigt, seine Farbenlehre, mit dem Ginkgo-Baum, die Metamorphose der Pflanzen, ganz viel über Gesteine, über Geologie. Er hat in der Meteorologie geforscht, um das Wetter vorherzusagen. Hier sehen wir das Goethebarometer und, und, und. Also es ist eigentlich unmöglich, an so einem Machenmittag das alles zu erzählen. Aber das sollte ja auch gar nicht das Ziel sein, sondern ich möchte euch eigentlich diese Methode zeigen, anhand der Forschung von dem Goethe. Und was mir auch ganz wichtig ist vorneweg, also Sie werden erleben, dass ich sehr begeistert bin von Goethe und der Forschungsmethode, aber wir machen hier keine Heldenverehrung oder so. Also wir können sagen, Goethe hat auch unrichtige Sachen gesagt. Also er hat auch Theorien aufgestellt, die nicht stimmen. Ich habe mich mit Geologen unterhalten, ich habe mich mit Botanikern unterhalten und die haben auch gesagt, nee, das stimmt nicht alles, aber darum geht es auch gar nicht. Und der Schiller, der hat als erster gemerkt, dass das Wertvolle gar nicht diese Erkenntnisse sind eigentlich von dem Goethe, sondern eher diese Methode. Goethe und Schiller waren Freunde und Goethe hat sich oft verzweifelt an ihnen gewandt, weil seine Erkenntnisse wollten nicht so richtig Anerkennung finden in der Welt der Wissenschaft damals. Und da hat der Schiller gesagt, ob das jetzt nur stimmt oder nicht, ist gar nicht so wichtig. So wie du die Welt betrachtest, das ist das Wertvolle, mach nur so weiter. Und genau das möchte ich heute auch zeigen anhand von Beispielen. Also ganz viel kann ich gar nicht betrachten, aber vielleicht habt ihr am Ende so eine Ahnung davon, wie der geforscht hat. So, jetzt ist ja auch interessant, wie Goethe sich selbst gesehen hat. Und wir kennen ja heute den großen Dichter und hören hin und wieder mal, naja, der war auch Naturforscher. Und wir sehen hier auf der rechten Seite den Eckermann, das ist ein Buch, das hat ein Sekretär von Goethe geschrieben. Und der hat im Prinzip die letzten 20 Jahre, 15, 20 Jahre hat er alles aufgeschrieben, was der Goethe so gesagt hat. Wer zu Besuch kam, was der so gesagt hat. Und das ist auch eine Quelle für diesen Vortrag, da drin kann man ganz viel über den Goethe erfahren. Und unter anderem gibt es hier dieses Zitat von Goethe. Auf alles, was ich als Poet geleistet habe, wähle ich mir gar nichts ein. Es haben treffliche Dichter mit mir gelebt, es lebten noch trefflichere vor mir und es werden ihrer nach mir sein. Dass ich aber in meinem Jahrhundert in der schwierigen Wissenschaft der Farbenlehre der einzige bin, der das Rechte weiß, darauf tue ich mir etwas zugute. Das heißt, wenn wir Goethe vielleicht kennengelernt hätten, den 70, 80-Jährigen irgendwo und hätten gefragt, na, was hast du so getrieben, dein Leben? Dann hätte er vielleicht auch erzählt, Bücher geschrieben, den Faust und leidendes jungen Werder war ja der erste große Bestseller, den es überhaupt gab. Also nach der Bibel und dem Koran. Aber er wäre dann auch schnell dazu gekommen, uns zu erzählen, was er herausgefunden hat in der Naturwissenschaft. Und das ist ja eigentlich überraschend heutzutage. Dieses Bild hat man ja gar nicht von Goethe, aber Goethe war das unheimlich wichtig. So, bevor wir anfangen mit dem Schauen, möchte ich euch von einem Naturgesetz vorneweg schon erzählen, was Goethe entdeckt hat in der Natur. Und zwar, er hat die Natur betrachtet und er hat gesehen, dass jedes Bedürfnis, was ein Tier oder eine Pflanze hat, ist auch erfüllbar. Es gibt immer irgendwo eine Fähigkeit, die das erfüllt. Es gibt keinen Wunsch, keine Tiere, die etwas unbedingt wollen und das geht nicht. Also alles funktioniert in der Natur, wenn ein Tier fliegen will, hat es Flügel oder wenn es fliegen muss, hat es Flügel und wenn der Wurm zum Beispiel, der muss nicht fliegen, der will auch nicht fliegen. Also das passt alles zusammen, die Fähigkeiten und die Bedürfnisse. Und Goethe war der Meinung, dass der Mensch schon Natur gehört und er hat dann sich so gedacht, naja, wenn es für jedes Bedürfnis die Möglichkeit gibt, es zu stillen und wir uns als Menschen fragen, wie das hier alles funktioniert, dann muss die Antwort irgendwo zu finden sein. Und höchstwahrscheinlich ist die auch nicht in total schwierigen Apparaten zu finden, weil die muss ja auch, also wie so ein Teilchenbeschleuniger oder ein Mikroskop, weil die muss ja eigentlich vor tausend Jahren für die Leute auch schon zu finden sein. Und das macht so ein bisschen zuversichtlich, also jeder von euch hat eigentlich alles hier auf der Welt, um sich seine Fragen zu beantworten. So, jetzt wollen wir zum Schauen kommen. Wir fangen damit mit so einer Übung an, damit wir so ein bisschen in das Schauen kommen und das ist eine Grafik, die habe ich gestaltet, die ist nicht von Goethe und ihr seht hoffentlich dann einen Apfel und eine Birne und darunter ist dann die Aufforderung, finde sieben Gemeinsamkeiten. Und ihr könnt das ja mal probieren, ob ihr hier Gemeinsamkeiten findet und ich habe mir auch überlegt, was hätte denn Goethe dazu gesagt, wie hätte er darauf geantwortet und hier ist so ein Zitat aus einem Buch, was ich geschrieben habe, Beides ist Obst und bildet sich aus einer Blüte und mit der Süße kommt die Blüte, zum Reifen brauchen beide nicht. Warum vergleicht man sie denn nicht? Also das ist aus einem Dialog, wo ihm vorgeworfen wird, er würde Äpfel und Birnen vergleichen, wie es ja heute so oft ist. Und für Goethe ist das ganz natürlich, dass er die vergleicht. Und wenn wir uns mal anschauen, was der Goethe da gefunden hat für Gemeinsamkeit, vielleicht habt ihr sowas auch gefunden, wenn ihr jetzt selber darüber nachgedacht habt, das ist nicht etwas, das man sehen kann, sondern da muss man schon den Begriff hinter dem Apfel oder der Birne, muss man schon denken. Also man muss sich überlegen, wozu ist ein Apfel da, wozu ist eine Birne da, da kommt man vielleicht darauf, da sind Samen drin, die sollen vielleicht mal neue Bäume werden, die schmecken süß, die sollen vielleicht uns schmecken oder den Tieren. Und wenn man diese Begriffe dahinter, wozu die da sind, dann findet man die Gemeinsamkeit. Und das ist schon ein Teil des Schauens. Also wem das jetzt schon gelungen ist, wer gesagt hat, ja im Prinzip sind ja Apfel und Birne sehr ähnlich, dann ist das schon Schauen. Und das ist die goethe'sche Methode. Um euch das Schauen zu verdeutlichen, habe ich noch ein bisschen mehr Obst hingetan hier. Und ihr seht jetzt noch andere und die Frage ist, was ist denn der Wesenskern, woran erkenne ich denn, ob etwas eine Frucht ist oder nicht. Und wenn man ganz viele Früchte kennenlernt, so wie das ja sicher bei euch auch gewesen ist, dann hat man selbst, wenn man eine ganz neue Frucht kennenlernt, hat man die Idee, das könnte vielleicht eine Frucht sein. Und das war ja zu DDR-Zeiten auch so, da kam ja dann irgendwann, der Markt hat sich geöffnet, 1990 lagen da plötzlich Kiwis und Litchies, das hatte man noch nie gesehen als DDR-Bürger. Und trotzdem kam man nach einer Weile nach dem Kosten und nach dem Angucken darauf, naja, das werden wohl Früchte sein. Und wenn einem das gelingt, dann hat man schon eigentlich den Wesenskern der Frucht, hat man schon verstanden. Und wenn wir jetzt aber versuchen würden zu sagen, was macht denn so eine Frucht aus und wir würden anfangen das zu beschreiben, wir würden jetzt zum Beispiel sagen, naja, die sind alle süß, dann kommt einer mit einer Zitrone und dann stimmt es wieder nicht. Das heißt, es zu formulieren ist ganz schwierig, aber es zu erkennen für sich, dieses Wesen, das ist relativ einfach, das machen wir eigentlich jeden Tag. So, und dieses Denken hinter den Begriffen, also wozu ist das da, wo kommt das her, was soll das, das ist schon Schauen. Aber das ist nur die eine Seite des Schauen. So, jetzt habe ich euch hier so ein paar unbekannte Menschen mal hingetan. Und vielleicht seht ihr das, die haben alle so sehr hervorstechende Merkmale als Mensch. Und vielleicht ist es euch auch mal passiert, dass ihr jemanden kennengelernt habt und der hatte so ein Merkmal, der hatte irgendwie eine Zahnlücke oder hat geschildert. Und da konnte man am Anfang überhaupt nicht vorbeigucken. Und wenn ihr dann aber diese Menschen kennengelernt habt, dann ist es euch bestimmt passiert oder vielleicht passiert, dass jemand anders kam und gesagt hat, Mensch, der schielt aber und man selber hat gedacht, ich sehe das gar nicht mehr. Und dann ist das irgendwie verschwunden und ihr seht dann etwas anderes, ihr seht dann, wenn ihr eine Beziehung eingeht zu diesem Menschen, eher wie es diesen Menschen geht. Und das ist auch schon Schauen, das Wesentliche erkennen. Und am allerdeutlichsten wird das, wenn man eine Leiche sieht von einem Tier oder von einem Menschen, den man selber gekannt hat. Also ich weiß nicht, ob euch das schon mal vorgekommen ist, bei der Katze oder bei einem Menschen auch, man schaut auf diesen toten Körper und man sieht, der ist weg, der ist da nicht mehr drin. Man kann es, also mir geht das so, man sieht sofort, das ist vollkommen was anderes. Und was man da nicht sieht, das kann man nicht irgendwie aufzählen oder so, aber das ist das Wesen, das wir schauen und das gehört zu dieser Methode. Und man könnte es nicht sagen, was ist denn da jetzt anders, der ist einfach dann leblos, das Wesen ist raus, wir erkennen es, wir können es vielleicht nicht beschreiben, aber wir schauen auf das Wesen. So, jetzt habe ich euch hier mal ein Foto von einer Tomatenpflanze hingetan und über die Tomatenpflanze kann man viel erzählen. Und wer aber, wer aber selber einen Garten hat oder es ist jetzt auch nicht so schwer zu sehen, der sieht nicht nur eine Tomatenpflanze, sondern der sieht auch, der Tomatenpflanze geht es nicht gut. Das sieht man. Und wenn man so ein richtiger Gärtner ist und es gibt so Leute, die sehen so ein Bild oder so eine Pflanze und die machen dann so, oh. Und das ist ein, und da zeigt sich ein Mitfühlen, also das Gefühl, was die Pflanze gerade hat, das nimmt der Mensch auf und dieses Mitfühlen ist auch ein Teil des Schauens. Und dann gibt es Menschen, also kenne ich selbst, die sehen sowas und können gar nicht anders und müssen sofort gucken, wo ist Wasser und müssen das da rein kippen. Also, die spüren einen richtigen Willensimpuls, da ist der Wille der Wesenheit oder der Pflanze ist übergesprungen auf den Menschen und der muss das gießen und es geht gar nicht anders. Und wenn, wenn das Wollen eines anderen zu unserem Wollen wird, weil man selber hat ja nicht Wurst, sondern die Pflanze hat Wurst, dann nennt das zum Beispiel, Rudolf Steiner nennt das das Passiv, der passive Wille und dieser passive Wille, den können wir auch erleben, wenn zum Beispiel eine Mutter und ein Kind, die Mutter weiß intuitiv, was das Kind will und will es auch, also will es gleich dem Kind geben und dieses passive Wollen oder dieses, das können wir auch nennen, das Lieben. Also, wenn ich das will, was jemand anders will, dann liebe ich den. So einfach ist es eigentlich. Oder, also wenn ich überlege, was will der jetzt und wenn ich das mache, kriege ich vielleicht auch was, das meine ich nicht, sondern wenn aus mir heraus ein Wille wächst, dass der Wunsch des anderen zu meinem Wunsch wird, das ist das Lieben. Und dieses Lieben, das ist auch eine Form, das Mitfühlen, das Mitleiden und das Lieben, das sind alles Formen des Schauens. Und beim Schauen ist es aber so, dass es da die eine Seite gibt, das Mitdenken, könnte man sagen, also die Begriffe zu denken hinter den Dingen, das ist das Schauen und diese emotionale, gefühlte Seite, das sind so wie zwei Sichtpunkte des Schauens und die meisten Menschen, bei denen ist es so, dass sie zu der einen oder anderen Seite neigen. Also, entweder sehe ich die Welt ganz mit meinem Gefühl und liebe und fühle mit, oder ich tendiere eher bei den Dingen zum Mitdenken der Sachen. Also, diese beiden Seiten, die merken wir uns mal, wenn wir dann später zur Polarität kommen, ist das wichtig. Wenn wir ganz einfach sagen, was ist denn das Schauen, dann können wir auch sagen, der liebevolle Blick ist das. Und das ist ja schon ganz anders zu dieser Wissenschaft, die ich euch erst hier gezeigt habe, die ja dieses Emotionale ganz rausnimmt und das ist was ganz anderes, was der Goethe da gemacht hat und wir wollen heute mal hier auch schauen, kann man denn damit irgendwas rausfinden oder geht das nicht. So, und jetzt wissen wir ja, wie das Schauen geht und jetzt fangen wir mal an mit dem Schauen. Wir fangen jetzt an mit der Metamorphose der Pflanzen. Das ist ein Büchlein, das hat Goethe veröffentlicht, der versucht, die Metamorphose der Pflanzen zu erklären und die Forschung des Johann Wolfgang von Goethe war immer eine Einladung zum Mitdenken. Also, man sieht das auch, er schreibt hier nicht hin, ich schreibe jetzt, wie das ist, das ist, und verteidige das Wissen, sondern ich lade dich ein mitzudenken und mitzumachen, deshalb nennt er das den Versuch, die Metamorphose. Und Meta oder Morphose, Morph ist die Form und Meta ist eigentlich so das Gesetz darüber. Also Metamorphose heißt eigentlich so die Gesetzmäßigkeit der Verwandlung der Formen. Und darüber hat Goethe nachgedacht und er hat sich die Pflanzen angeguckt im Garten und hat geschaut, ob er da irgendwelche Prinzipien finden kann mit seinem Schauen. Und er hat zum Beispiel bei der Pflanze, hat er gesehen, dass sich alles, was sich an der Pflanze entwickelt, fängt oder startet als Blatt. Egal, ob es ein Dorn ist oder eine Wurzel oder ein Blütenblatt, es fängt immer erst, ein Blatt sich zu bilden und das dehnt sich dann aus, zieht sich zusammen, bis es dann vielleicht ein Dorn geworden ist oder ein Stachel oder eine Wurzel. Und solche Gesetzmäßigkeiten hat er versucht da zu finden. Und dann, seine große Entdeckung war der Entwicklungsgedanke. Den habe ich hier so zusammengestaucht, wie der steht. Das ist nicht Goethe, Goethe hat das alles ein bisschen mehr ausgeführt in seinem Heft, wobei das Heft hat 40 Seiten, das ist jetzt auch nicht so schlimm, wir werden nachher zur Farbenlehre kommen, die hat 1500. Das ist eigentlich ein kleines, angenehmes Heftchen, das kann man mal lesen. Und Goethe macht die Entdeckung, dass sich die Pflanzen entwickeln vom Samen zum Keim, zum Spross, zur Blüte, zur Frucht und wieder zum Samen. Und das ist ein Kreislauf und den machen die Pflanzen, es gibt auch welche, die machen gleich nach dem Spross dann den Keim wieder, das ist so der kleine Kreis, könnte man sagen, aber das ist so die Entwicklung, die er findet in allen Pflanzen. Und Goethe kommt es ja darauf an, diese Prinzipien zu finden und überall zu finden, der Natur im Prinzip eigentlich diese Gesetze abzuschauen und er findet diese Abfolge der Formverwandlung, dass es eben nicht so ist in der Natur, dass die Sonnenblume erst so ganz klein mikroskopisch ist und dann wird die bloß dicker und größer, so ein lineares Denken, sondern der Samen ist ja ganz was anderes als der Keim und es verändert sich immer in der Form und auch im Wesen. Und Goethe ist unglaublich begeistert von seiner Entdeckung und hat dann ein Problem, das jeder Entdecker hat, man muss es irgendjemandem erzählen. Das kann man nicht für sich behalten und das erste Opfer ist seine Frau Christiane und er überlegt sich, wie kann ich das mit all meiner Begeisterung der Christiane jetzt irgendwie beibringen und weil Goethe Goethe ist, bombardiert sie aber nicht mit den ganzen Fachbegriffen hier, sondern er überlegt sich, wie schaffe ich das, der Christiane das so zu machen, dass das für die interessant ist, dass das für die schön ist und er schreibt ein Gedicht nochmal mit dem Namen »Die Metamorphose der Pflanze«. Und das ist an die Christiane berichtet, ich lese mal den Anfang vor. »Dich verwirrt die Geliebte die tausendfältige Mischung dieses Blutengewühls über den Garten umher. Viele Namen hörst du an und immer verdrängt mit barbarischem Klang eines dem anderen im Ohr. »Alle Gestalten sind ähnlich und keine gleiche der anderen und so deutet der Chor auf ein geheimes Gesetz. Auf ein heiliges Rätsel, oh, könnte ich dir, liebliche Freundin, überliefern, sogleich glücklich das lösende Wort.« Was eigentlich so viel heißt wie »Ich habe was rausgefunden, wie sage ich es dir bloß?« Und dann versucht er es weiter und das Grüne, hier ist im Prinzip der ganze Ablauf eigentlich dieses Entwicklungsgedanken, wie die Pflanze das macht mit ihren Organellen, da sind noch ein paar andere Fremdwörter drin. Und das lese ich euch jetzt aber nicht alles vor, sondern hier unten wird es dann richtig wichtig. Und nachdem er ihr das alles erzählt hat, sagt er »Wende nun, oh Geliebte, den Blick zum bunten Gewimmel, das verwirrt nicht mehr sich vor dem Geiste bewegen. Jede Pflanze verkündet dir nun die ewigen Gesetze, jede Blume, sie spricht lauter und lauter zu dir.« Also er sagt zu Christiane, ich erzähle dir jetzt mal, was ich da rausgefunden habe und dieses Prinzip, und dann musst du selber raus in die Natur und das wiederfinden. Weil du musst es eigentlich selber erfahren, ich kann dich nur zu diesem Denken inspirieren und dann musst du diese Abfolge dann weiterfinden. Und weiter geht es. »Aber entzifferst du hier der Göttin heilige Letter«, die Göttin ist die Natur. »Überall siehst du sie dann auch im veränderten Zug, kriechend zaudert die Raupe, der Schmetterling eilig geschäftigt, wildsam ändere der Mensch selbst die bestimmte Gestalt.« Also Goethe sagt hier nicht weniger als, das was ich hier gefunden habe, diesen Applaus vom Samen zum Keim, zum Spross, zur Blüte, zur Frucht oder zum Samen, das findet sich nicht nur bei den Pflanzen, sondern sogar bei den Tieren und bei den Menschen. Alles Lebendige entwickelt sich so. Und jetzt geht es weiter. »O Gedenke denn auch, wie aus dem Keim der Bekanntschaft nach und nach in uns heute Gewohnheit entsprossen, Freundschaft mit Macht aus dem Inneren enthüllte und wie Armut zuletzt Blüten und Früchte gezeugt.« Also Goethe sagt hier, »Unsere Liebesbeziehung hat sich auch so entwickelt, wie das die Blumen tun.« »Er hat ein allgemeines Gesetz, wie sich alles Lebendige entwickelt, gefunden für die ganze Natur und sogar für die zwischenmenschliche Beziehung.« Und da jetzt sehen wir auch, warum er so begeistert ist darüber. Ja, und das ist tatsächlich ein Prinzip, wenn ich euch das jetzt erzähle, könnt ihr noch gar nicht wahrscheinlich diese Begeisterung teilen, Aber so kann man alles lebendig denken. Alles, was man werden will, was werden soll, das entwickelt sich in diesen Stufen. Und wir können selber schauen auf unsere Karriere, auf unsere Wünsche und Bedürfnisse. Wo sind denn die gerade? Sind die noch beim Samen? Ist das eine unlebendige Idee? Oder bewegt sich schon was? Gibt es da schon Gedanken an das Wie? Wächst es schon? Gibt es schon Versuche? Kommt schon was dazu? Oder kommt es zur Freude und zur Schönheit, das wäre die Blüte? Oder ist es schon nützlich? Und diesen Verlauf, das kann ich mit allem machen, mit der Erfindung der Dampfmaschine, wie sich aus den Wünschen der Menschen langsam was entwickelt. Und wenn man selber, ich bin auch Erfinder und meine Kunstwerke entwickeln sich alle so von einer nicht lebendigen Idee hin zu dem Keim, wo es langsam regt sich und man überlegt, so könnte man es machen und so. Und dann muss man ausprobieren und dann wird es irgendwann toll, es funktioniert, es versteht jemand anders, was ich hier erzähle. Und dann wird es nützlich, die Frucht. Und ich habe hier sogar was erfunden, das habe ich genannt, das Morphometer, das ist so ein Zollstock. Und da habe ich das hier, ich weiß nicht, ob ihr das seht, habe ich das hier so draufgeklebt. Samen, Keim, Spross, Blüte und Frucht. Und hinten steht die Idee, Gedanken an das Wie? Das Handeln, Wachsen, die höchste Freude oder Schönheit und der Nutzen. Und hier kann man auch sehen, dass das ein Kreis ist eigentlich und damit kann man jetzt schon, das kann man als Werkzeug benutzen und damit schon arbeiten mit diesen Entwicklungsgedanken, den Goethe da gefunden hat. Überall ist der drin. Und wie anders dieses Denken ist, können wir jetzt zum Beispiel, wenn wir heute in unsere Gesellschaft schauen und uns fragen, zum Beispiel kriegt man raus durch die PISA-Studie, unser Bildungssystem funktioniert nicht. Und da ist die einzige Idee, die die Leute haben, mehr Geld, dann gibt es mehr Lehrer und dann wird es wohl werden. Aber man hat überhaupt nicht darüber nachgedacht, was soll denn der Nutzen sein, was sind denn die Früchte? Und dieses organische Denken hier ist ganz anders. Dann denkt man erst mal nach, was ist denn der Samen, die Idee, die das bringen kann? Wie kann denn das wachsen, wie kann denn das blühen? Also das ist ein ganz fantastischer Gedanke. Aber in diesem Gedicht, da ist noch mehr drin. Und es ist noch ein schöneres Beispiel für noch andere Methoden, die der Goethe hier benutzt. Und zwar, ganz wichtig ist hier dieser Perspektivwechsel. Also, sich in jemanden hinein zu versetzen, der etwas nicht gleich versteht und dem das zu erklären, ist eine Erkenntnismethode auch. Also das habt ihr schon bestimmt mal mitgekriegt, wenn man jemandem was erklärt, dann versteht man es dann selber besser. Und bei Goethe ist es sogar so, jetzt hier mit seiner Frau Christiane, die hat einen anderen Blick auf die Welt. Und wenn er sich versucht, in sie hinein zu versetzen, betrachtet er das Ding nochmal von der anderen Seite und versteht dadurch noch besser. Also, dieser Perspektivwechsel und die zweite Methode, und das ist auch eine Methode, also mit der arbeite ich schon seit Jahren, ist die Kunst. Also wenn ich über etwas nachdenke, dann bleibt das beim Künstler oder bei der Künstlerin nicht nur einfach die Gedanken, sondern ich schreibe das auf. Ich formuliere einen Satz, ich formuliere ein Gedicht, so wie es Goethe gemacht hat. Und in dem Moment, wo ich so denke, in einem Bild, in einer Melodie, da kommen von außen, wie von Zauberei, irgendwelche Ideen noch dazu, wo ich dann sage, stimmt ja. Und einem passieren Wunder beim Denken. Aber das sind alles Sachen, die muss man tatsächlich selber mal ausprobiert haben, damit man diese Erfahrung macht. Aber das ist alles Goethes Methode. So, jetzt gehen wir schnell zur Wirbeltheorie und versuchen, da das nochmal zu finden. Also Goethe hat sich, wie gesagt, für alles interessiert und nicht nur für die Pflanzen. Er war natürlich begeistert, dass er schon was rausgefunden hat und hat das dann überall anders auch gesucht in der Natur. Und dann hat er sich die Skelette angeguckt von Fischen und von Säugetieren und von Reptilien und von Vögeln und hat da auch Gemeinsamkeiten entdeckt und hat ja auch diese Prinzipien gesucht. Und wir haben jetzt hier nochmal das Beispiel, was wir erst bei dem Obst hatten. Wir sehen hier Wirbel im Schnitt des Menschen und wir sehen, hier ist es schon schwieriger, das zu finden. Und das liegt aber daran, dass wir die noch nicht kennengelernt haben. Also die Pflaume und den Apfel, die haben wir kennengelernt. Da haben wir mal reingebissen und bei den Wirbeln müssten wir eigentlich zugucken, wie die arbeiten, welche Aufgaben die haben und dann würden wir sehen, das ist alles Einklang. Ich möchte mal kurz vorlesen, ich habe noch ein anderes Werkzeug, also ich habe euch ja gesagt, ich habe darüber nachgedacht, wie würde Goethe das vielleicht jemandem erklären hier mit seiner Forschungsmethode. Und ich habe mir einfach vorgestellt, also wenn derjenige nicht ich wäre, vielleicht haben wir jemanden, der ein bisschen ähnlich ist. Und dann habe ich gedacht, wie würde er denn dem Heinrich Faust, also das ist sein Schützling aus dem Faust, wie würde er denn ihm das erklären. Und das habe ich mir vorgestellt und daraus wurde dann ein ganzer Dialog und ein Buch und das habe ich dann geschrieben. Und in dem Buch trifft im Prinzip der Heinrich Faust aus dem Faust auf den Goethe und Goethe wird sein Lehrer und erklärt ihm das alles. Und ich möchte euch mal, also der bringt ihm im Prinzip das alles bei, was ich euch hier erzähle heute, also ein bisschen mehr noch, weil der hat mehr Zeit. Und ich werde mal schauen jetzt, ob ich das finde. Und das ist hier noch ein bisschen poetischer angegriffen, aber das kommt immer so auf die Natur des Menschen an, der eine versteht so besser und so. Und ich möchte euch mal vorlesen zu den Wirbeln, also zu der Wirbelenergie. Und er stellt im Prinzip diese Frage, ob er das sieht und Faust hat schon so viel gelernt, dass er sagt, ja, ich kann schon hier Gemeinsamkeiten finden. Und er sagt Goethe. Und was ihr da erkennen könnt, nun das ist die Idee, die wesentliche Form, die allen Wirbeln inne wohnt, die eine Melodie vom Wirbel, die das Verschiedene gleich betont. Sie ist mit Worten schwer zu fassen und möchte sich nicht messen lassen. Drum will man die Idee verstehen, heißt es, mehr die Beziehung anzusehen, statt nur der Dinge anzusehen. Drum schaue er dafür dann ungenau. Auch hilft manchmal ein wenig träumen. Das Wesentliche steckt nicht im Detail, viel eher in den Zwischenräumen. Diese Idee, sie ist die Antwort auf das Wie. Wer danach sucht, der findet sie. Abseits aller gemessenen Normen findet man sie zwischen den Formen, wie zwischen den Zeilen in der Poesie, zwischen den Tönen in der Musik. Und dieses Institut, mein Freund, ist eine Zwischenraumfabrik. Also die sind hier im Institut für gute Laune. Also jetzt habt ihr es nochmal ein bisschen gehört. Also man muss die Beziehung, wie das Ding eigentlich ist, das will und wie das handelt, so kann man die Idee verstehen, das Wesentliche dahinter. Goethe hat sich das angeguckt und hat dann beim Menschen den Zwischenkieferknochen gefunden. Und als ich das das erste Mal gehört habe, also da habe ich mich noch gar nicht damit beschäftigt, da habe ich überlegt, wie kann denn ein Dichter einen Knochen finden beim Menschen, der muss ja davor ja schon die ganze Zeit gewesen sein, wieso hat die dann nicht jemand anders schon mal, vielleicht hat er den beim Liebesspiel irgendwie entdeckt, du hast dann Nubbel oder was, wie kann man denn einen Zwischenkieferknochen finden. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und die Geschichte geht im Prinzip so, also die Gesellschaft damals oder die Kirche ist auch davon ausgegangen, die Menschen sind was extra, was besonderes und dann gibt es noch die Tiere. Und dann gab es schon Anthropologen, die haben gesagt, am Skelett sieht man aber die Verwandtschaft der Säugetiere und der Menschen. Und dann gab es aber immer ein Argument der Kirche oder der Wissenschaften, die haben gesagt, es gibt ein Knochen, den hat der Affe nicht, den hat das Pferd, nee, der hat der Affe, das Pferd und die ursprünglichen Säugetiere und der Mensch hat den nicht. Und das ist der Zwischenkieferknochen, der ist hier, müsst ihr euch vorstellen, beim Affen oder beim Pferd, da ist der so ganz lang, und beim Hund und da sind vorne die Schneidezähne drin und das ist so ein extra Knochen, der kommt hier vorne noch raus. Und den hat der Mensch nicht. Und das war der Beweis lange Zeit dafür, dass der Mensch nicht verband ist mit den Säugetieren. Und Goethe hat aber in seinem Bild der Natur gesagt, es gehört alles zusammen, es ist alles, als der Mensch gehört zur Natur, hat gesagt, er muss irgendwo sein, der Zwischenkieferknochen. Und hat dann mit einem anderen Anthropologen zusammen, haben die sich so die Skelette von ungeborenen Kindern angeguckt und da hat man gesehen, dass dieser Zwischenkieferknochen da noch einzeln war und dann vor der Geburt schon zusammenwächst und hat diesen Zwischenkieferknochen gefunden. Und hat demnach im Prinzip eigentlich diese Verwandtschaft bestätigt zwischen Säugetier und Mensch, 100 Jahre vor Charles Darwin. Man muss hier aber auch mal dazu sagen, das ist wichtig, Verwandtschaft heißt nicht immer Abstammung. Also Goethe hat nicht behauptet, wir stammen von den Säugetieren ab, sondern wir sind verwandt. Ich bin mit meinem Bruder verwandt, aber ich stamme nicht von ihm ab. Das mit der Abstammung hat dann Darwin behauptet. Goethe hat dann ganz viel gesammelt, der hatte in seiner Sammlung auch einen Elefantenschädel zu Hause, irgendwo im Regal und auch so ein Schafschädel und den Schafschädel hat er in der Hand gehabt und war ein bisschen nahe, dann ist ihm der runtergefallen und der ist dann in verschiedene Teile zersprungen. Und die Bruchkanten hat Goethe gesehen, die waren aber jetzt nicht so gerade, sondern das waren irgendwie so Sollbruchstellen, als wenn die da zusammengewachsen wären. Und wie er sich das so anguckt, diese einzelnen Teile, da stellt er fest, dass der Schädel beim Säugetier, das sind alles mal Wirbel gewesen, die haben sich so verformt. Also der Schädel ist eigentlich auch aus Wirbeln gebaut, sagt dann Goethe. Und deshalb kommt er dazu hier, alles ist Wirbel. So, und jetzt wird es richtig heiß, jetzt kommen wir zur Farbennähe. So, einige haben es schon durchgeguckt, ich habe schon hier so ein Prisma mitgebracht, da könnt ihr dann auch alle mal durchgucken oder durchschauen vielleicht sogar. Also die Farbennähe. Wie gesagt, Goethe hat sich für alles interessiert, hat auch alles gelesen, was er kriegen konnte und Isaac Newton, weltberühmt, war schon 100 Jahre tot damals und der ist ja berühmt geworden durch seine Gravitationstheorie oder Beschreibung der Gravitation, aber er hat auch geschrieben die Optik. Und da geht es darum, um die Lichtbrechung und die Farben. Und Isaac Newton hat dieses Experiment hier gemacht, er hat ein kleines Loch in die Tür gemacht, da ist ein Lichtstrahl durchgefallen, in so ein Blastrisma, vielleicht könnt ihr das hier erkennen, und dann kam hier der bunte Regenbogen zustande. Ich habe hier auch so ein Glasprisma mit, ich habe das alles nachvollzogen. Man weiß ja nicht, was man erzählt. Naja, und der Newton, der hat halt dieses Experiment gemacht und hat gesagt, wenn ich da einen weißen Lichtstrahl rein schicke und dann kommen bunte Farben raus, dann ist das ein Zeichen dafür, dass die bunten Farben aus dem weißen Licht gemacht sind und die Summe aller bunten Farben ist wiederum das weiße Licht. Also das ist da drin enthalten. Und Goethe hat sich das durchgelesen und hat sich ein bisschen gewundert, weil er hat gesagt, naja, wenn ich mir die Farben so angucke, da ist, also selbst das Gelb ist ja dunkler als das Weiß. Wie soll denn verschiedene dunkle Sachen, wenn man das zusammensieht, dann muss es doch dunkler werden, kann er nicht heller werden. Und da hat er sich schon ein bisschen gewundert und dann hat er gehört, dass einer irgendwie so ein Prisma hatte und so eine optische Geräte und hat gefragt, ob er die haben kann. Naja, und das borgt er sich aus und wie gesagt, Goethe interessiert sich auch für ganz andere Sachen, hat einen Haufen zu tun und vergisst das Ganze und der, von dem er sich das aber geborgt hat, der schreibt schon den dritten Brief, ich will mal endlich mein Zeug zurückhaben. Und Goethe sagt, na gut, da kriegst du dein Zeug zurück und er bringt das in die Postkutsche und sagt sich, ach, einmal will ich noch mal durchgucken. Und dann nimmt er sich das Prisma und guckt durch und sieht ungefähr das. Also das ist das, das linke Bild ist ungefähr das, was er sieht, das habe ich jetzt selber gemacht, das Foto. Und Goethe steht da und in seinen Memoalen steht, wie er da durchkommt und ich sprach wie durch ein Instinkt so gleich vor mich laut aus, dass die Newton'sche Lehre falsch sei. Also Goethe sieht auf den ersten Blick, Goethe hat sich, Newton hat sich geirrt. Und jetzt ist ja für uns interessant, also rechts habe ich hier die Lutherkirche, ich habe einfach hier durchfotografiert durch das Prisma, das ist keine Zauberei, einfach hier. Ihr könnt ja nachher auch mal sehen, ihr werdet etwas Ähnliches sehen. Und jetzt ist ja interessant, was hat denn der Goethe da gesehen, was den Juden widerlegt. Und zwar, Goethe schaut, der sieht und versucht das Prinzip zu erkennen, wo sind denn hier die Farben. Eigentlich hat er gedacht, er guckt da durch und sieht einen Regenbogen. Und ein Regenbogen ist ja aber nicht zu sehen, sondern wir sehen eigentlich zwei Spektren, ein orange-gelbes und ein hellblau-dunkelblaues Spektrum. Und Goethe, weil er schaut und es durchdenkt, fragt sich, wo sind denn die Farben? Und er sieht, die Farben sind nur da an den Kanten, wo Licht und Finsternis aufeinandertreffen. Und was er sofort erkennt, ist, die Finsternis hat irgendwas mit den Farben zu tun, weil es sind ja immer nur da die Farben, wo die Finsternis ist. Und wenn wir da mal genau hinschauen, und das ist relativ wichtig, dann für später auch, an den Stellen, wo das Helle ganz hell ist und das Dunkle ganz dunkel, da sind die Farben aber richtig am, da ballern die so richtig, und wenn bloß der Unterschied bloß so ein bisschen ist, dann sind bloß so wenig Farben. Ich weiß nicht, könnt ihr das mal rumgeben und versucht mal irgendwo hinzuschauen, die hat schon geguckt, und einfach ganz dicht ans Auge halten und dann irgendwie so drehen und dann gucken, ob man diese Farbspektren sieht. Und wenn man die gesehen hat, einfach mal fragen, sind die überall oder braucht es Dunkelheit und Licht? Genau, und dann einfach mal weitergeben, macht es mir nicht kaputt, das ist das Einste. Und sehen Sie die Farben? Ich sehe die jetzt, und zwar bei der Spiegelung von diesen Infos. Ja, am besten, also wahrscheinlich, wenn man hier hin sich dreht, zu dem Vorhang, da sieht man es am deutlichsten. Sie hat schon durchgekommen. Genau, und Goethe ist natürlich total begeistert davon und sagt sich, das muss ich untersuchen, das kann ich nicht so lassen, der kriegt sein Zeug nicht wieder, ich schreibe dem, der muss noch ein bisschen warten. So, und hier kommen wir jetzt zum Farbenstreit. Ich habe auch diese Experimente nachvollzogen, die Goethe gemacht hat, und Goethe hat auch die Newton'schen Experimente alle nachvollzogen und hat dann immer gesehen, wo sich Newton geirrt hat und hat das überall rumgeschickt, alle Physiker, die er kannte und war total enttäuscht, weil er hat keine Antwort gekriegt. Es war so rumgedruckt, so habe ich keine Zeit, kann ich mich nicht gerade nicht mit beschäftigen. Und Goethe war total enttäuscht davon und hat dann irgendwann nach Jahren, also es wollte keiner anerkennen, was er da gefunden hat, und es hat aber auch keiner dagegen argumentiert, es ist so im Sande verlaufen, hat er dann gesagt, jetzt mache ich es mal richtig und hat die Farbenlehre angefangen zu schreiben. Und ich habe euch hier mal, das ist im Prinzip hier oben, das ist das berühmte Plattencover, Pink Floyd, The Dark Side auf dem Mond, und das ist im Prinzip Newton's Experiment. Und ihr müsst mal, ich zeige euch gleich einen Film, wie ich das Experiment wiederholte, ihr müsst mal darauf achten, ist in dem Farbfächer, ist da weißes Licht drin und wo fängt das Grün an in dem Farbfächer? Ist es gleich an der Kante oder steht? Das ist hier schon ein richtiges Foto. So, ich muss mal jetzt das Video machen. Und da habe ich im Grunde das Experiment nachvollzogen. Was ist denn gemacht? Das ist mit Ton. Der Farbenstreit zwischen Newton und Goethe kurz erklärt. Der Farbenstreit zwischen Newton und Goethe kurz erklärt. Newton, schreibt seine Optik über das Licht und hat ungefähr dieses Bild bei seinem Experimenten und behauptet zu sehen oder interpretiert es so, dass das weiße Licht der Sonne in das Prisma fällt. Dort bricht sich das weiße Licht und fächert sich auf in diese Regenbogenfarben. Goethe macht das gleiche Experiment 100 Jahre später und sieht auch dieses Bild und erkennt, dass Newton falsch geguckt hat und dass die Farben sich nur an den Kanten zwischen Helligkeit und Dunkel bilden, wie hier zu sehen ist. und zwar gibt es zwei Spektren gelb-orange und blau-hellblau. Und nur sagt Goethe in dem Spezialfall, dass dieser Schlitz sehr dünn ist, durch den das Licht fällt, dann berühren sich die beiden Spektren und es mischt sich das Grün aus dem Gelb und dem Blau. Newton hat gesehen, wie hier das Grün schon rauskommt und es sich auffächert und Goethe hat gesehen, das stimmt nicht, er hat falsch geguckt und die Schlussfolgerung von Goethe ist es, dass die Voraussetzungen für die Farben sind Helligkeit und Dunkelheit, bei Newton ist es nur das Licht. Wenn du mehr über die Farbenlehre von Goethe erfahren möchtest, andere Experimente sehen willst, gibt es die hier. Auch nachvollzogen. Der kann ja viel erzählen, der Goethe. Und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt und also in allen Lehrbüchern steht das so, wie das hier ist. Und bis heute. Und man wundert sich, das kann ja eigentlich sein. Ich habe da viel diskutiert drüber und es ist einfach so, also das ist auch so eine Glaubenssache. Die einen sagen, also wenn das in den Lehrbüchern steht, das kann ja nicht sein, da muss ja was nicht stimmen. Und wenn Sie heute nach Hause gehen und im Internet nachschauen, da steht auch überall, Goethe hat sich geirrt bei seiner Farbenlehre und Newton hatte recht. Und ich sage Ihnen aber, Goethe hat recht. Und der Grund dafür, dass das nie Anerkennung gefunden hat, ist, also Sie haben das vielleicht schon mal erlebt, dass so ein Wissenschaftler, wenn der irgendwie hört, bei mir auf dem Dachboden spukt, dann weiß der sofort, das stimmt nicht. Obwohl der nie auf dem Dachboden war. Oder wenn Sie dem sagen, manchmal kann ich Gedanken lesen, der weiß sofort, das stimmt nicht. Wie soll der das wissen? Und eigentlich ist es so, dass diese materialistische Welt, die sagt dann, wenn das stimmen würde, würde mein ganzes Weltbild nicht stimmen und deshalb kann das nicht stimmen. Und wenn das stimmt, was der Goethe sagt hier, dann hat die Dunkelheit oder das Nichts Einfluss auf die Materie und das ist genauso, als wenn man sagt, auf dem Dachboden spukt, das kann man nicht denken. Und deshalb bringt es ja auch nicht das zu diskutieren, es ist so oder so, Sie können sich ja weiter damit beschäftigen, ich will es aber nicht so diskutieren, weil da streitet man sich bloß rum und das sind so Glaubensfragen, das ist wie, als wenn man einem Katholiken beweisen, wenn es Gott nicht gibt, da braucht man gar nicht mit anfangen. Genau. Aber die Farbenlehre ist noch viel wundervoller über das hinaus. Also das war der Auslöser, warum er sich damit beschäftigt hat, aber wir haben noch ganz viele andere Sachen, die wir bekommen aus dieser Farbenlehre. Vielleicht, also es gibt hinten in der Farbenlehre, die hat 1500 Seiten, kein Mensch hat jemals die Farbenlehre gelesen, glaube ich nicht, außer Goethe, weil ungefähr 1000 Seiten sind nur Polemik über Newton, was der alles falsch gemacht hat. Und dann schreibt Goethe sogar noch in das Buch rein, dass es ihm ja gelungen ist, das nicht sehr sarkastisch zu machen, sondern relativ sachlich, was überhaupt nicht stimmt. Und dann kommen aber noch andere Sachen. Also er macht das ordentlich und hat auch die Farbtafel, wo er das alles zeigt, es geht jetzt nicht nur um die Physik, sondern er hat auch diesen Farbkreis hier entwickelt. Den Farbkreis, den gab es vorher schon, also es gab das Farbrad, das hat Newton, dann gab es Leute, die haben Farbkreis gemacht, aber mit diesen sechs Farben, das ist vom Goethe, und wenn wir uns jetzt fragen, wieso sind das sechs Farben, wo hatten wir die her, die sehen wir hier in dem Experiment. Also blau-hellblau ist auf der einen Seite, seht ihr das, und auf der anderen Seite ist gelb-orange. Und weil Goethe damals nicht so die Möglichkeiten hatte, einfach die Farbe aufs Papier zu bringen, wie er wollte, der hatte wahrscheinlich so einen Tischkasten mit zwölf Farben, habe ich euch das jetzt nochmal rechts überlagert mit den richtigen Farben, also das ist eigentlich der richtige, der meint, der Goethe, der Farbkreis. Und das Grün ist einfach eine Mischung aus dem Blau und dem Gelb. Das habt ihr erst gesehen, wenn die sich übereinander schieben, dann kommt es zum Grün, und wenn sich die anderen Farben mischen, das seht ihr auch in dem Foto dieser Lange, dann entsteht das Purpur oder das Magenta aus der Mischung von dem Dunkelblau und dem Oranisch. Wenn man aber heute die Experimente macht, muss man eigentlich sagen, eigentlich müssten dann noch zwei Farben rein, also zwischen das Blau und das Magenta mischst du noch das Lila und zwischen das Orange und das Magenta mischst du noch das Kaminrot, aber die sind tatsächlich in diesen Experimenten immer nur so schattenhaft da und das sind nicht so eine Farben wie die anderen, also es ist ein bisschen mysteriös. Und wenn man das Dunkelblau versucht mit dem Orange zu mischen, da kommt auch kein Magenta raus. Also das ist noch nicht ganz ausgereiht. Aber Goethe kommt mit zwei Grundfarben aus und er sagt, aus diesen zwei Grundfarben sind alle Farben gemacht. Und da hat er zu der einen Seite hat er das Blau vom Dunklen, von der Finsternis und das Gelbe, das kommt vom Licht. Und Schiller hat ein Gedicht beigesteuert zur Farbenlehre und der schreibt das Gedicht, ich lese auch mal den Anfang vor. Wir stammen unser sechs Geschwister von einem wundersamen Paar, die Mutter ewig ernst und düster, der Vater fröhlich immer da. Und ich habe die Farbenlehre gelesen und mich hat das auch interessiert, was ist denn jetzt männlich und weiblich? Weil ich habe das Teil das immer so ein bei mir in Poesie und eigentlich denkt man ja männlich und weiblich ist rot und blau und hier ist es aber das Blau, das Empfangende, die Tiefe, das ist das Weibliche und das Sendende, das Gelb ist das Männliche. Und wenn man die einfach mischt, entsteht das Grün und Goethe sagt, wenn man das Hellblau steigert und erregt, dann kommt es zum Blau und wenn man das Gelb steigert und erregt, dann zum Orange und die besondere Mischung dieser erregten Farben ist dann das Magenta da oben. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie die Früchte schmecken. Jetzt haben wir, wir stellen uns einfach mal vor, so ein kleines Kind fragt sich, warum ist der Himmel blau? Und er fragt erst mal Newton oder Harald Lesch oder irgend so ein Wissenschaftler. Und der Wissenschaftler sagt dann, der fragt, warum ist der Himmel blau? Und er sagt, weil das Licht der Sonne mit einer Frequenz gebrochen wird, mit so einem bestimmten Winkel und das hat dann eine Frequenz von 600 Terahertz und eine Wellenlänge von 500 Nanometern, deshalb ist der Himmel blau. Und dann fragt das Kind weiter, und warum ist die Sonne gelb? Und dann sagt der Wissenschaftler, weil die elektromagnetische Welle von der Sonne, das Licht, gebrochen wird und mit einer Frequenz von 526 Terahertz und einer Wellenlänge von 570 Nanometern. Und das ist die Antwort, deshalb ist die Sonne gelb. So, und das Kind wundert sich jetzt vielleicht, warum ist denn das Licht der Sonne da gelb und da blau? Aber es fragt lieber nicht weiter. So, jetzt fragen wir mal Goethe, warum ist der Himmel blau? Und Goethe sagt, wenn die Finsternis, das Schwarze durch die Trübe scheint und die Trübe, das ist entweder so ein Glas oder das ist die beleuchtete Erdatmosphäre oder das ist so Nebel, also wenn das Schwarze dadurch scheint, dann erscheint es blau. Und wir sehen ja in der Nacht die Schmerze des Universums und die ist ja am Tag auch da, bloß sie scheint durch die beleuchtete Atmosphäre blau. Und jetzt fragt das Kind, warum ist die Sonne gelb? Und er sagt ja, weil das weiße Licht der Sonne durch die Trübe scheint und dann erscheint es gelb. Ja, das sind diese beiden Urfarben, ja genau, die beiden Grundfarben. Und wenn wir uns jetzt fragen, welche Antwort ist besser und wir wollen uns gerade einen Fernseher bauen oder einen Fotoapparat mit so Transistoren und so, dann ist das die bessere Antwort. Aber wenn wir erkennen wollen, das wiederfinden wollen, der Welt, dann scheint mir zumindest die Antwort besser, weil die kann ich über eine Natur wiederfinden. Friedrich Nietzsche hat sich auch mal dazu geäußert, was ist überhaupt Erkenntnis und er hat gesagt, ich kann nur etwas erkennen, wenn ich etwas Unbekanntes auf etwas Bekanntes zurückführe. Also, wenn ich irgendwas Neues erzähle, kann ich das nicht erkennen, ich muss irgendeine Erfahrung gemacht haben. Also, wenn Sie sich fragen, warum rät sich mein Nachbar so auf und Sie kriegen mit, dem haben Sie das Fahrrad geklaut, dann müssen Sie im Prinzip darüber nachdenken, wie ging es mir, als Sie mir das Fahrrad geklaut haben und dann können Sie erkennen, deshalb rät er sich so auf. Aber man braucht immer eine Erfahrung dazu, die man wiederfinden kann im Verhältnis der anderen. So, und hier in meinem Buch ist es noch eindeutiger eigentlich, da sagt er, da geht es auch darum um Erkenntnis, also der Faust hat ja ganz viel Wissen und Bücher voller Wissen und da sagt der Goethe, naja, aber ist es denn eine Antwort auch auf deine Frage und da sagt er, ob es auch die Antwort ist, es gibt ein Mittel, wie man es misst, ist mit der Antwort auch die Frage ganz verschwunden, dann ist die Antwort erst gefunden. also wenn Sie verheiratet sind seit 20 Jahren und sich jeden Tag fragen, wer ist wohl der Richtige für mich, dann ist es wahrscheinlich nicht die Antwort. Wobei, beim Menschen ist es auch immer ein bisschen das Wie man zusammenlebt. Genau, oder wenn Sie Ihren Schlüssel suchen und sagen, der steckt bestimmt in der Tür, dann ist das nur eine Theorie, Sie werden erst eine innere Ruhe haben, wenn Sie den wirklich gefunden haben, mit der Antwort verschwindet die Frage. Ja, und der Junge hat das jetzt sicher angehört von dem einen und den anderen, aber eines Tages, da guckt er auf das Meer, das Meer ist blau und dann fragt er sich, warum ist das Meer blau? Weil das Schwarz der Tiefsee durch die Trübe scheint. Oder er fragt sich, warum sind die blauen, die Berge, die Alpen, die eigentlich schwarz sind, im Nebel, warum erscheinen die blau? Weil das Schwarz durch die Trübe scheint. Also diese Antwort können wir immer wieder finden und wenn wir uns fragen, machen uns diese Früchte satt? Sie haben auf jeden Fall also gute Karten. So, jetzt kommen wir noch zu dem dritten wichtigen Ding und das hat mich am allermeisten begeistert. Polarität, Steigerung und Verwandlung. Ihr müsst euch vorstellen, hier in dem Buch ist es so, also der Faust wird zum Lehrer vom Goethe und der will ja wissen, was die Welt im Innersten zusammenhängt und er merkt schon so langsam, der Goethe erzählt und Margarete ist auch ganz wichtig für diesen Prozess, also diese Liebesgeschichte und er merkt so langsam, Mensch, der Goethe weiß doch und sag es mir doch endlich, sagt er dann, du weißt doch, was das alles hier, wie das funktioniert. Und dann sagt der Goethe, in allem finde ich zwei Seiten und immer scheinen die zu streiten, erfasse ich es aber ganz, erkenne ich, es ist ein Tanz, bis ich zum Grund des Ganzen sehe, mein Freund, der Tanz ist die Idee. Also Goethe, alles, was auf der Welt funktioniert, hat irgendwie ein Gegenstück, alles funktioniert als Polaritäten, ich habe euch die Wahl davon mal hingeschickt, Licht und Finsternis, Leben und Tod, Klang und Stille, Gut und Böse, also es gibt immer zwei Seiten und immer scheinen die zu streiten. Und bei den Farben sehen wir das jetzt aber ganz wunderbar, es gibt Schwarz und Weiß und eigentlich streiten die miteinander immer. Goethe sagt, das Licht kann leicht die Dunkelheit vertreiben und wo ein Schatten fällt, wird auch vom Lichtwald nichts mehr bleiben. Wenn diese beiden aber tanzen, dann wird es richtig bunt. Und dieses Tanzen in dem Ganzen, das ist Sinn und Grund. Also er sagt, es gibt immer diese Polaritäten in der Welt, diese Verfeinden und die müssen zusammen in diesem Tanz der Gegensätze finden. Darum geht es hier auf der Welt und hier bei den Farben können wir das sehen, also wir könnten sagen Schwarz und Weiß und dann können wir sagen, naja, manchmal Schwarz und manchmal Weiß, manchmal Ja und manchmal Nein und dann können wir vielleicht die Graustufen so sehen, aber eigentlich streben, tut es oben hier in diesen Tanz der Gegensätze und Goethe sagt, wo eine Polarität ist, da ist dieser Tanz und wenn wir uns die Farben mal angucken, dann sagen wir, wo ist denn oben in den Farben, wo ist denn Licht und Dunkel und wir sagen, naja, irgendwie sind da schon Licht und Dunkel noch drin, aber es ist ja eine ganz neue Qualität und das kann man auch entdecken, also wenn wir uns zum Beispiel die Frage stellen, warum, wenn es denn in unserer Liebesbeziehung um Verständnis geht, warum verlieben wir uns denn nicht gleich in unseren besten Freund oder die beste Freundin, in den Menschen, den wir schon vorher verstehen, warum muss das immer jemand sein, der so anders ist als wir, der die Welt anders begreift und die Antwort darauf ist, nur mit dem Gegenstück kann man in diesem Tanz der Gegensätze finden und das, was hier oben als Farben steht, wenn man das in die Liebesbeziehung übersetzt hat, ist das vielleicht in der Sexualität dann der Höhepunkt oder die Sexualität selbst, die ja was ganz Neues und Anderes für die Beziehung sind und das habe ich erst euch gar nicht gesagt, ich gehe mal zurück zu meinem, zu dem Gedicht von von der Metamorphose der Pflanzen, da sagt er, Goethe zum Schluss zur Christiane, freue dich auch des heutigen Tages die heilige Liebe, streb zu der höchsten Frucht gleicher Gesinn und Hilden, gleicher Ansicht der Dinge, damit im harmonischen Anschauen sich verbinde das Paar, finde die höhere Welt. Und Goethe sagt hier, das was wir hier machen, in dem wir uns austauschen, wie siehst du das, wie sehe ich das, kommen wir auch in diesen Tanz der Gegensätze, um eines Tages eine höhere Welt zu entdecken. Also er sieht nicht nur in der Frucht der Liebesbeziehung, nicht nur das Kind vielleicht oder das Vertrauen, sondern diese Liebesbeziehung ist dazu da, um gemeinsam eine höhere Welt zu finden. Und diese gleiche Ansicht der Dinge im harmonischen Anschauen, damit meint Goethe nicht, dass der sagt, ja eines Tages wirst du die Welt genauso rational begreift wie ich oder ich werde endlich alles so empfindsam betrachten wie du, sondern diese beiden Gegensätze, die werden sich in einem Tanz vereinen und dann wird uns erstmal aufgehen, wozu das hier alles ist, sagt Goethe. Und das ist dieser Tanz der Gegensätze und das Wunderbare an diesem Weltbild ist, also ich weiß nicht, ob man das jetzt so verstehen kann, bloß weil ich das mal erzählt habe, wo ich bin der Fallschrug. Mensch, hier wäre ein Zeigestock sogar gewesen. Toll, das kriege ich jetzt am Schluss mit. Und diese Gegensätze, wenn man das mal verstanden hat, dann hat man oder dann kann man ahnen oder verstehen, dass es nichts Falsches auf der Welt gibt. Also es ist völlig unsinnig, irgendwas auszusortieren, auch wenn es noch so anders erscheint, noch so ein großer Gegensatz ist. Das muss sich verbinden in diesem Tanz der Gegensätze und zusammen sich zu einer höheren Sache entwickeln, zu einer Blüte. Und wenn man das verstanden hat, gibt es nichts mehr Falsches, es gibt bloß noch irgendwie, wie Rudolf Steiner sagt, das Böse ist das Gute am falschen Ort oder zur falschen Zeit. Es muss irgendwie anders zusammengebaut werden, das ist einfach, darum geht es hier. So, achso, ich soll zufrieden. Ja, und jetzt habe ich euch ja am Anfang erzählt, dass ihr alles habt, um diese Welt zu erkennen, jeder Mensch hat alles zur Verfügung, hier die Instrumente. Und eigentlich stimmt es aber nicht, weil ihr alleine könnt es meistens auch nicht und das liegt halt auch daran, dass dieses Schauen oft einseitig ist. Also der eine denkt eher die Begriffe, der andere fühlt die Welt und die müssen eigentlich zusammen in diesen Tanz der Gegensätze und was der Goethe versucht, dem Faust zu verklickern, ist im Prinzip das hier, das Instrument zum Erkennen der Welt ist der andere Mensch. Und das ist natürlich jetzt ein Schaubild für den Faust, der schon gescheitert ist an der Wissenschaft. Das stimmt jetzt nicht für jeden Menschen, aber der Satz stimmt für jeden Menschen. Das Instrument zum Erkennen der Welt ist der andere Mensch. Und das sind nicht nur unsere Liebespartner, das sind auch unsere Kinder vor allem, das sind unsere Kollegen, unsere Feinde, unsere Konkurrenten und im Tanz mit denen in den Beziehungen können wir die Welt erkennen. Und da so, ich habe als Künstler mal versucht, die götische Lehre irgendwie als Bild darzustellen und da ist mir dieser Farbkreis gekommen und den habe ich dann versucht in die Liebesbeziehung zu bringen, weil also in dem Buch ist es so, die Margarete, die Liebesbeziehung ist eigentlich die, die den Faust erst öffnet zu dieser Lehre, das zu verstehen. Und das habe ich hier so zusammengebracht, also ich habe eine neue Form für den Farbkreis und das ist rausgekommen und das ist doch ein Hammer Bild, oder? Also das ist das, wie es richtig als Siebdruck ist und so wäre es richtig mit den götischen Farben. Mir gefällt es aber irgendwie links besser an, deshalb habe ich das so gemacht. So, das war's, vielen Dank. Dankeschön.